Jetzt habe ich die Aufnahme. Ach du Scheiß. Jo Leute und damit Willkommen zurück zu... Loadout mit Flash! Mit CentOS und einfach Loadout normal neu. Keine Ahnung. Oh nö. Ach guck mal die Auswahl. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Das ist neu gemacht. Ja. Warte vor Spieltyp. Wir haben lange nicht mal gezockt gehabt. Weil wir ja gesagt haben, das ist für zwischendurch nur. Wie lange ist es her? Oh Vierter Vierter. Da ist ein ganze Monat her. Boah kein Presslufer mal. Blitz und Deathsnatch. Es gibt ja auch sowas. Da gibt es alle in ein. Okay. Aber das sind irgendwie so Turnierdinge oder so. Also so speziell. Nein! Ein Nudeln. Nein Blitz. Ich hasse Blitz. Machte ich vorher schon. Ich weiß gar nicht was Blitz war. Ah. Deathnatch war ja diese komischen Kapsel einsammeln. Gewinnung war ja die Sammeln. Blitz. Ja Deathnatch war einfach nur killen. Ja. Geschütz. Brennergecko. Irgendeine Dinge. Ach du Scheiße. Nein 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 nein. Boah ich kann das gar nicht mehr. Ich kann die Steuerung nicht mehr. Hab ich als einziger überlegt? Bestimmt. Ich weiß gar nicht mehr ob ich springen ging. Fühlt so aus. Ich hab anscheinend als einziger überlegt. Äh. Hab ich auch. Hallo. Das Problem ist. Ich kann meine Maus grad hier nicht klicken. Oh schlecht. Hat er irgendwie die Steuerung bei mir verhauen hier? Hallo. Wann sie nicht. Ich muss noch einmal über den Tast. Manager gehen. Das killt mich irgendeiner. Ich kann nicht laufen. Und. Wow jetzt kommt der nächste an. Ja. Schon wieder tot. Ich kann nix machen. Ich kann nix machen Zettos. Weitere nicht was du da für Scheiße baust. Ist es doch blöd. Das stimmt. Kim Yong Il äh. Du bist doch blöd. Das stimmt. Ich kann nix machen. Ich kann nur meine Maus drehen, aber mehr auch nicht. Warte mal. Ich versuch mal auch ... Zettos, sind ihre Preuschade. Kompl cowork auf deine Fresse. Ich kann mich nur drehen mit der Maus. Von Bchargecton ist ein Fortnite. Da ist eben jemand runtergesprungen. ich habe mich immer noch nicht bewegen healthcare hallo nein Only was ich hat konnte ist, hier tausend mal shift drücken dass die einrastungstaste kommt okay ich tue einfach gleich mal ja macht macht die runde zu ende weil ich würde jetzt gerne dem typen hier vorne helfen der bei mir ist ja da bist du arschgeko ich kann mich nur drehen ich kann nix machen ja weg hier weg hier stell dich einfach hinter mir an mir kann nix passieren stirbst eh noch ich weiß auch nicht wie ich da in die taste ich kann nix machen ist echt schlecht so hat die kacke geschossen ich weiß ich kann nicht escape ich versuche mal vielleicht ich hatte die mit ihr feuerwaffen die gehen ein immer noch voll auf den sack ach so ne die hab ich da hingehauen eben doch stimmt ich kann den noch nicht mal auf den zweiten bildschirm hier tun ja genau tötte mich kannst du mir auch niederschlagen wahrscheinlich wieder vor die hohen level die pisse das team hat mir gerade auch schon gesagt das spiel konnte nicht gestartet werden perfekt wir verlieren sowieso ja weil ihr nur drei seit das ist das problem trotzdem verlieren wir ich würde gerne mitmachen das ist doch blöd ich würde so gern spielen ich kann nur raus tappen aber mehr kann ich auch nicht das heißt ich weiß ich weiß man kann spiel beenden komischerweise dann macht das doch mal kurz aufnahme stopp dann starte ich auch meine aufnahme jetzt wieder hier und ich will bock einfach ein bisschen in der waffenschmiede rum lang hier nix anders ist gar nicht auch nichts anders machen ja jetzt kommen die affen das wieder raus steppte pisse doch ich bin auch tot die haben alle feuerwaffen habe ich aber auch ich habe ja die raketen werfe als feuer ich meine alle alle gegner die wir haben was soll ich denn eigentlich mal kaufen irgendwann nur wieder ich weiß es nicht ist ich weiß es nicht kann man verschlüssel ganz schnell geheilt was soll da haben wir das auf dem ich gerade schieße der nimmt so wenig schaden naja der hat irgendwie wieder eine rüstung um kennst du das sind irgendwelche noobs die waren die anderen knöpfe noch mal zum werfen oder so geglaub ich oder es ich weiß es nicht ich habe erst mal die feuerwaffe von dem genommen ich bin trotzdem gekillt mache ich dann dafür magazin drin wollte nicht wo man mal verziehen also auf jeden fall die lasse ich nicht als gesundheit bauertest boah ey der eine typje ne der einen so schaden reinballert und dann auch noch so viel auszählt das ist schon mal gut dass du verloren hast aber steht auch nicht auch levit 38 23 24 37 hat er was ich lade ich mal ein warte warte wolle wolle ruse kaufen ja gibt es ja auch na 250 na ist na wolle wolle ruse kaufen wolle wolle ruse kaufen so starten direkt durchstarten jetzt wieder nicht dann krieg ich aber leichte augenschmerz mit laut ich habe schutz steht drin ja darum nutzt es nicht nutzer automatisch muss ja wie granaten ja mit da habe ich doch was wir gehen irgendwo in ein spiel rein ja oh nee hammer das war doch auch nicht langweilig ich soll endlich zu denen hinkommen ja zu den anderen drei knackhöfen gibt es nicht gibt es gerade bei mir im ständigen wo er denn noch mal rolle schlagen mit maus ja was bei dir umgestellt naja ich hab das schon lange nicht mal gespielt hier viel spaß bleibt ihr bleibt ihr bleibt ihr bleibt ihr ich will dich kill kommt steht der hält er setzt man kann so ein affe dass ich sein kill nicht krieg ne ach ich bin richtig friss ohne witz ich mag auch keine bratwurst in key vor allem wir die ganze zeit da wahrscheinlich bei der base hock ja was anders können wir gerade nicht machen schlecht na nicht machen wir selbst mal da hat jemand unsere flagge toll oder dann haben wir ja gesagt als affe ein hässiger roboter hier na guck mal wie viel lebt nur noch hast du das mit einem schuss also das ist also scharfschützengewehr Du bist ein Penis, weißt du, ne? Ne Klar, bist du einer Ne Doch Nein Doch Ich glaube ja weniger, du bist ein Penis Der war zu schnell, eben der Arsch Ja, der irgendwie, viele haben auch diese komischen Kanonenkugeln, die einfach so flippen Ne, der hat auch Leder gehabt, aber der war zu schnell, ich war ja bei euch hinten schon nebendrin Achso, der wartet hier Ich wurde nicht schon in der Zeit Vor allem wird unter einer eben abgestattet, selbstmord Ne, doch ja Vielleicht Ja Ihr Team ist hacken, der Hammer Wir sind ein echter Hammer Ihr seid hacken, der Hammer Wie seid ihr Hammerhacker Lass mich Lass mich Wer der ganze Zeit auf mich schießt Töte ihn Fack, ich hab gestört Man, ne Aber sie sind auch mitten im Spiel reingespawnt, ne? Ja Ja, läuft doch So was mag ich nicht wirklich Läuft Stirb Ey, du Pisser Du bist ne Arschgeige So geil Klatsch, klatsch, ungeniedert Ahaha, haben doch selbstmord begangen Idiot Jawoll Nice, läuft doch Klatsch Jawoll! Was ist das überhaupt, was ich das genommen habe? Also nicht. Bestimmt irgendwelche komischen Mistdinger. Ich hab voll die Noobs halt. Und ich kann das so so nicht machen. Hä? Haha! Officer Returbot. Unterbrochen. Aha. Solche Leute, ne? Ist doch nicht mein Pech. Mhm. Und der nächste Bot. Es kann sein, dass es wirklich Bots sind. Auf ja.